Hey meine lieben und willkommen zurück zu Oriented Blind Forest in einer Stresssituation Gummo Tempel hat der liebe Gummo den die Laterne rausgenommen, also den Lichtkegel aus der Laterne rausgenommen, der uns den Abschutz von den heißen geboten hat und jetzt bricht über uns alles zusammen und wir müssen flüchten, mal wieder wie beim Ginzbaum Ja klar, in dem Moment kommt ein Und nichtsdestotrotz ist da noch ein Scheiß Wurm, den wir brauchen, um hier weiterzukommen aber er ist der Rege, der auch von Schuld, dass wir so oft sterben Nein! Ach! Weg! Du sollst nicht auf mich schießen, du sollst auf das Scheiß Tor schießen, du Scheiß Wurm Nein! Wie oft ich in den Sp... äh, darfst du jetzt schon gestorben bin, ey! Okay! 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 Komm schon! Ich will's schaffen! Nein! Bitte kein Eishafen! Nein! Bitte kein Eishafen! Nein! Nein! Wenn man nicht mal sowas wie ein Checkpoint haben kann hier... ... ... ... ... ... Na komm, Mann! Was willst du mich mit der Einrastfunktion jetzt verarschen, ne? Mann! 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 Ich hoffe, das war es jetzt. Koros Nest. Okay. Mann! 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 da war koro noch gut da war sie noch lieb füttert sie ihre jungen oh Oh nein. Und deswegen ist sie böse geworden. Oli hat erfahren, wie sie durch unser Licht umgekommen waren. Und die Gardezeit beschützt sie wirklich ihr letztes Kind. Oh, fuck. Oh man, viel gespeichert. Das ist jetzt eine sehr brenzlige Situation. Ich glaube, wenn wir nicht rausgehen, dann entdeckt sie uns. Oh, ist die schnell. Ja, ich muss ja irgendwie. Wie soll ich mal, da bin ich schon vorbei. Ah, ich habe eine Idee, vielleicht muss ich da einbrechen. Oh, Scheibenkleister ist die böse. Ich kann keine Seelenverbindung machen, ist das madig. Oh ja, oh ja, oh ja. Das ist Heavy Metal. Ich weiß, was ich machen muss. Er muss hier runterrollen, dann muss ich ihn darüber schmeißen. Was nicht ganz so leicht ist. Oh, Alter. Oh, jetzt muss ich wieder ganz nach unten anfangen. Ist das madig. Weil ich weiß, was ich machen muss. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Komm schon. Wieso? Also, jetzt hat ihr es geschafft. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 wenn ich das viel bloß so blöd anstellen würde ich sage immer hallo ich sage nicht scheiße ich sage einfach hallo ich habe scheiße gesagt ernsthaft jetzt muss ich nur noch darüber schaffen jetzt dieses mal sind wir in klaren sogar noch sogar noch mal gerade mitgekommen jetzt ist es klar warum sie uns ja kommen will nur ihr kind beschützen vergisst aber nicht das event der wärme muss noch als letztes entzündet werden der sonnenschein den wir suchen findet sich hoch oben am trauer pass wir müssen auf den wind reiten denn er wird uns den weg weisen oje das wird noch anstrengend aber noch wenigstens sind wir jetzt der code nico los was sei dank war die bissig und jetzt speichern jetzt mal schon ob hier irgendwas ist besonderes ist oje warum muss ich jetzt so bescheid wussten oh ne da ist wieder so ein rambo das muss jetzt auch sein oder so danke in wir das ist es gibt immer noch diese video fehler wo ich glaube mal aus dem spiel das stopp macht warum auch nicht weil ich mal kurz auf die karte ich habe keinen stein mehr von denen oder hier mit einem bescheidenen dornen ach da ist schon einer drin das mal speichern damit wir mehr leben haben da ist Das war's. Oh, die Viecher sind so ekelhaft. Ernsthaft? Ich kann das mit dem nicht töten? Toll. Mit was für einer Attacke soll ich's denn sonst machen? Toll. Geht immer noch nicht. Kann ich halt einfach nicht aufmachen. Toll. Boah. Ich hoffe, da kommt jetzt die Koru nicht. Gut, dass das da war. Warte mal, vielleicht weiß ich jetzt, wie ich da reinkomme. Schauen wir mal. Du Bastard-Schwinne. Ich hab noch keine Ahnung, wie ich hier reinkomme. Ich hab noch keine Ahnung, wie ich hier reinkomme. Jetzt kann ich nämlich diese Attacke machen, den Dreifachsprung. Und der wird sehr nützlich sein. Der wird sehr nützlich sein. Und jetzt haben wir auch endlich das gesammelt. Und jetzt haben wir auch noch. so jetzt sind wir wenigstens da schon mal drin gespeichert haben wir auch ich muss mal ganz kurz was schauen ich bin gleich wieder im spiel ja wir haben schon screenshots dafür gut 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 ein bisschen geht so weiter da müssen wir sogar hin wegen den einen stein hier ich war ja trotzdem habe ich mir ein bisschen paranoid ich hoffe dass es erlaubt aber ich knapp dieser fontäne entgangen es geht auch hier noch nach drüben noch vor ihr gemeldet auf die nerven und trotzdem hat er mich getötet dieses diese mistmaden wow das krieg ich schon hin weiter können die einen abpacken sollte man sogar eine kleine abkürzung geschafft weiß nicht ob der vogel ich glaube der vogel könnte mich sogar nach drüben bringen okay okay na da war ein stacheln man im 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 Blick habe ich da gespeichert. Oh, ich hasse diese Viecher. Ja, so einen Stein haben wir leider nicht. Und da ist noch mal so ein grüner Frosch, willst du mich verarschen? Warum? Da komme ich nicht durch. Voll. Meine Fresse, ist das geil, das Spiel. Mann. Ja, ich springe einfach in die Dornen. Ja, Schatzverfahren, weil es Spaß macht. Ja gut, nun mal und noch mal Massensterben. Massensterben. Ja, und ich sehe. Ja, klar. Wieso willst du mich verarschen? Oh, come on. Oh, come on. Ja, komm, töt mich. Das sind 14 nicht, wenn ich... Ja, klar. 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 Ich kann auch nach links was. Ist das ätzend. Ich kann mich auf. Ke möchte. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. ich achte nicht so ein bisschen stornen und stacheln machen ich verstehe es nicht kann man nicht einfach mal die schilden bereich machen und einfach mal ein bisschen nur durch gehen muss durch rennen muss erwischt mich aber trotzdem und er macht halt er macht zwei zwei lebensschaden der frosch weiß mann ich habe ich habe sie sind noch einen stacheln scheiße wird der fix verpiss dich du huren fliege schrägung ich habe hier eine fliege und die nervt übel ist mann was willst du von mir ist ich endlich ich sagte darf das nicht in der folge sagen ich bin hier lieb zu tieren außer zu insekten ja trifft mich macht zwei schaden ich bin jetzt genau 482 bin gleich bei 500 mal gestorben ja komm her du dummer flosch jetzt ist mal wie es ist wenn man stirbt wieso sammelt er die scheiße nicht ein ja das erledigt also ich kann da eh nicht rein und da auch nicht rein weil da brauche ich eine fähigkeit damit ich das hier durchstoßen kann jetzt gehen wir einfach wieder nach oben ich versuche es wenigstens ich will es schaffen und wie komme ich hier weiter ich habe eine idee habe ich ich gehe nochmal hier hin wer glaubt wir brauchen irgendeine fähigkeit damit mir das hier durch damit mir hier durchbrechen kann und die fehlt mir wahrscheinlich habe ich so meine vermutung da oben sollte auch der stein sein hey du da oben ist der stein aber trotzdem muss ich ja irgendwie schon dass ich hier eine fähigkeit kriege dass ich quasi dadurch brechen kann aber welche fähigkeit ist das frage ich mich kurz wieder runter aua ok da sterbe ich instant ok wie soll ich jetzt da weiter kommen ich frage für einen freund ich werde auch versuchen nur hier hin zu schwimmen aber es wird mir heute schon mit größter wahrscheinlichkeit nichts bringen ok wo komme ich also weiter ich muss die gegner als geschossen nutzen da brauche da ist das vor da brauchen wir einen stein brüchert man noch ja wie krieg ich dort den jetzt ich hasse das den kriege ich mich von der decke der platz sofort aua also ich weiß jetzt wie ich weiterkomme ok ich weiß wie ich da weiterkomme ja wenn ich mal auf die strahle abwarten müsste wow wie oft ich jetzt ich bin jetzt locker für über den schon noch zehn mal damit bei der 500 geil geil ja 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 weiß ich brauchte ich ja 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 war jawohl ich kann keine sehr bemühungen bei der gegner in der nähe sind zwar die ich bleibe aber hier mal stehen weil ich ja einigermaßen safe wenn ich dankbar hier fürs zuschauen spielst dabei sein denkt daran wenn ihr mich unterstützen wollte diesen kanal dieses letzte wo ihr könnt und dürften daumen nach oben der sub und ein abo auch und denkt daran die benachrichtigungsglocke sagt die mir damit ja nichts mehr passt oder kommt jeden freitag als hauptletzplay